Gestern waren wir in Frankreich und heute sind wir schon wieder inmitten von Italien und noch dazu auf dem Land. Lauf doch einmal um das Haus herum, das wir uns heute anschauen. Genau, alle vier Seiten schauen genau gleich aus. Das schöne Haus, man könnte es auch als Villa bezeichnen, wird auch La Rotonda oder Villa Rotonda genannt. Ja, unser Gebäude ist nicht rund, aber hat von rundherum die gleiche Ansicht. Die vier gleichen Seiten sehen aus wie ein Eingang eines antiken Tempels, aber das Haus wurde natürlich erst viel später gebaut, nämlich in der Renaissance. Die Renaissance, erinnerst du dich? Das war doch die Zeit, in der die Menschen wieder die Formen und Ideen der Antike aufleben ließen. Und so wollte eben der Architekt Palladio ein ideales Gebäude bauen. Ideal hieß für ihn, dass er genau die Formen der Antike wiederverwendete. Und er hat sich für die Form des griechischen Tempels entschieden. Und weil er eben ein ganz ideales Gebäude entwerfen wollte, hat er gleich viermal die gleiche, perfekte Ansicht gebaut. Du hast sicherlich schon bemerkt, dass die Villa ganz alleine in der Landschaft steht. Denn in der Renaissance entdeckte man auch wieder die Schönheit der Landschaft, die Natur und das einfache Leben auf dem Land. Darum steht die Villa mitten in der Natur. Also keine Nachbarn weit und breit. Und das ist auch gut so. Denn diese Villa wurde nur in den Sommermonaten genutzt, um sich von der anstrengenden Zeit in der Stadt zu erholen. Und es wurde auch kräftig gefeiert. Im Inneren des Hauses befindet sich ein runder Saal mit einer riesigen Kuppel. Dort hatten viele Leute Platz, um zu tanzen und Feste zu feiern. Und das ist auch ein runder Saal mit einer riesigen Kuppel.